Herzlich willkommen zu unserem Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Barbara, du hast ein Frottee-Handtuch mitgebracht. Ja, das ist ein Symbol für unsere Gewohnheiten. Wir sind alle wahnsinnige Gewohnheitstiere und haben einfach Mühe mit Veränderungen. Und je grosser das Veränderung ist, desto mehr Mut brauchen wir. Und wo ist jetzt der Tipp? Probiert mal, wenn ihr duscht und aus der Dusche steigt, euch an einem anderen Ort abtrocknen als üblich. Und ihr werdet merken, das Hirn macht neue Vernetzungen. Und dadurch könnt ihr euch sogar sehr rasch und definitiv mit etwas Übung viel schneller auf Veränderungen einlassen. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleib gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.